ich habe in der board geworben als teil meiner werbung hat record wir haben mich gebeten so das aussehen zu meiner letzte ruhe aber seine ermittlungssache viele viele kurs fertig muss ich sagen wo man als nächstes denn die flammen gut machen dass es nicht ist es ist ganz interessant ich suche jetzt einmal war ein zufallsprinzip ein bisschen aus dass ich mir gerade aus dem arsch ziehe so was ich konnte interessant finde und dann eigentlich hier müssen wir hier hin und dann reite ich da hoch aber ich habe ja stuhl 34 mensch nein also also ich bin auf geld aber nie gehypt wo halt lange dauert wo halt noch lange lange dies dauert und sie damit äußerte solche leute auch diese übelst schnell gehypt sind und wenn ein game rauskommt oder angekündigt wird sofort halb damit ihr eure sachen nehmen kann wie ich das geschaut habe keine ahnung aber passt schon seid ihr auch solche solche leute die so ganz gerne die ich schon vorher so extrem gehypt sind auf irgendwelche games so lange lange vorher ich bin es auf jeden fall nicht aber hat ja auch nichts mit mir zu tun weil ich es nicht bin heißt ja nicht automatisch heute der die blöde an also es ist Das sind Vampire. Todes und warte, 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 lass mich mal ganz kurz nach Weißlauf, also ganz komischen Effekt eben hatte, also ganz komisch, die er nie hatte, aber da nicht hier sind, hier sind, äh, was weiß, ich vergiss noch, wo weiß, wo ist er, ne, hier war es nicht, jetzt war ich eher hier, naja, hier, hier war das, oh, Alter, da war ein ganz komischer Effekt eben, und gleichzeitig will ich kein Vampir werden, noch nicht, ich glaube, das fände ich so geil, ich bin auch geil verheiratet, Junge, ja, heiraten ist auch geil, ich glaube, heiraten, es wäre vielleicht, vielleicht, danke, alle können alle anderen sehen, entfernt, danke, aber ich habe keinen Bock, äh, okay, jetzt haben wir die Tour schon nochmal kennengelernt, aber kein Bock, daran zu, daran jetzt, äh, drauf zu gehen, weil ich da irgendwie so eine, so ein, so ein, äh, Ding hab, so, äh, halb truppeln, aber will ich jetzt nicht drauf gehen, oder irgendwie, ich mach vorher von hier, ich glaube, von hier, wer fährt, mach doch, ja, irgendwie, was du dich machen sollst, Ah, hätten wir, äh, hätten wir gleich von hier kommen sollen, denn, entampieren wollte ich jetzt nicht anlegen, aber schön, dass wir diesmal kennengelernt haben, tut man zu, das war jetzt, was in der Quest, war jetzt, war das mit einem Feuer? Ah, das haben wir jetzt, ach so, okay, ne, das wollte ich nicht, ach so, okay, dann machen wir jetzt nicht, es ist nur ein Feuer, passt schon. Böse, gut, böse, gut, was meinst du, war das nämlich, gut, das war wohl nicht so, aber wir, trau, gar auch, okay, na gut, das wäre ich ganz so hart, auch wenn es ja alles offene Falle ist, mir egal, Well, HAH Na, equ makes Which Genau, da ist zwar aufspießen sehr freundlich machen wir jetzt die ist so eine quest ich weiß es nicht aber gut gemacht das ist das andere wir haben geschehen oder erreicht dann reicht reicht ja auch das kombi hat ja fast gute kombination jetzt gehen noch umgeschrien achte ich komme durch da ist kann ich gegen die kämpfe oder sterbe ich habe die dinge die automatischer waren ich weiß nicht ob es die dinge waren aber ich glaube ja und hier endet ihr weg oder was ok nicht ganz ab und alles kalte nass ok ich habe eben ja ich habe eben angerechnet wer kann man es gibt hier entgegen war eben fest der meinung das ist hier traurig sind das denn ja danke sind wir kicken ich habe jetzt hier auch alle freundlich gerne gekickt es ist von schnauze ich will ich dir als sicherer sehr sicher die auslassen nein und gut auch wenn ich daraufhin stellt sein freundes wird damit zu tun wenn ich zu dir kürzen mal das ich werde es alles ich habe einen auch doch Ah, gut abgebremst. Okay. Ja, wir sind auch mal erkundet, wo wir drin waren, ne? Außer eine Sache, eins haben... Äh, was war das denn? Ach der jetzt Eis? Nee. Weil der ist von einem Kristall beschützten, ernsthaft. Ich hab mehr erwartet, wirklich. Kann ich auch. Ja, ich hab das. Das wird eigentlich auch mal spielen. Ernsthaft? Ach komm, das ist bescheuert. Ebenfalls gerne. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn eigentlich unter Fertigkeiten im Schloss schnacken gehe. Wo ist es überhaupt? Wo ist es überhaupt noch da? Lehrling können wir und Adapt, das wäre das nächste. Dann machen wir mal Adapt. Wow, was ist denn der Falle? Oh mein Gott. Wo du auch was? Danke. Und wow, das ist ja der Falle. Da, da, da. Hätte ich aber ja fast gestorben. Aber nur fast tatsächlich. Ach, leck mich doch. Gift macht nur nix. Hm. Relativ giftresistent. Achso, der war das. Die Schnauze, so, da leiden die Schnauze. Der hat Kopp für den. Okay. Ich hab mit. Einen guten Zweck. Da unten ist es okay. dann muss ich wohl jetzt gedacht das erwartet mich 12 hier sind die seiten das kreis sogar mal ganz kurz durchlesen könig olaf vers olaf unser unterdrücker ein ein ähnlicher verräter todbringender dämonen und drachentöter könig eure legende sind lügen reißerisch und falsch ein schlauer sieg übernommen nix ein olaf griff nach der macht wird versprechen und drohung von falkenring nach winterfeste fühlen sie fühlen sie auf die knie doch einsamkeit widerstand himmelsrands treuste wächter olafs rache kam schnell listig und gemein so endet die mehr vom lügner und lumpen den einsamkeit verbrennt mit feuer und funken in einsamkeit lernt man die baden kunst und übergibt kronen könig olaf der feuerbund ein war wohl nicht diese war da die wieso diese typ hier gewesen in einer ausgang näher das wird so kann es unter beraten ausgang näher kann ich aber lang darauf warten oder beraten tun wo ich nicht empfehlen die ich zurück werden muss irgendwo loch gaben oder so na gut dann hatte ich oh mein gott ist schon wie es weiß ich laut habe er wollte tatsächlich eine falle stellen ich habe mir erwartet ich habe mir erwartet okay cool die schüssel welche waren das war so ein kunstgeschlüssel von kalitiert für das gemein haben was zu hören da ist das mit zu so ein blödel die war es soll das darstellen ich schreibe mal ganz kurz auf wolf wo auch sorry noch ein Wolf dabei weil Vogel wird das Töler Symbol hergezeigt auf den Wolf Vogel Wolf 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 Vogel Wolf um ja Artikel in dem aktiven Saubsimpf Klub Flott ist in deinem Chat schreibe aber auch die Zettel Wolf Vogel Wolf Wolf der Vogel muss die Mittel Laisport einer Wolfe und Orange Wolf Vogel Wolf natürlich die naja da war eben aber auch in der arten nein röhr und wollt weil es haben wohl es ist nicht wird schnell sprechen ok gut dann müssen wir mal einen kleinen großen kurs zufällig oder das ist der worte wissen das hier wenn sie mir helfen ja du kannst mitkämpfen ich feiere ich wer der kollege da wird sie ist er will der frau wir kommen da mal durch okay lächel ich hätte das war natürlich gewesen aber Da haben wir so viele Themen gemacht. erhebt euch oder die zeit von der jahre zu kommen was zum top war gerade am einsamen du arsch ich glaube das netter weißt du er ist aber nicht wo er kann eis hier und morgen ich glaube ich auch nicht mehr das wollte man für das das ist ein bisschen mehr aber ich glaube ich habe die jahre zu tun ursprünglich aufs maul hauen wolltest oder noch nicht nein das heißt nein ach du heilkönig olaf ein auge für die olaf ein auge und menschen muss auch soviel trauger variation geben aber blocken jetzt aber auch keine sache mitgenommen spieler mal gitarre ok läuft wird ja oder sie im weg nicht ganz so zucker an musste die sterne von baren wunderschöne wunderschön 200 wird muss das komplett ding und ganz schön was wird sein ob es immer finden weil es noch nicht gefunden haben noch ein bisschen gold noch ein bisschen da werden wir ja ein bisschen gold zusammen bekommen sehr gut gut gehen wir wieder damit werde ich die quest erledigt und da hat sein ein ding war da mal haben wollte ok also im gefängnis überlebt man einen teil seiner stufe auch schon naja aber da gehen wir ja nicht mehr hin so